Dega, so ein raffinierter Hund. Dega, 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 Dega. Dega, 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 Dega. Dega, 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 Dega. Die Spieldauer ab 14 Jahren auf Deutsch, Spanisch, Englisch und Französisch gibt es die Regeln auf jeden Fall hier drin. Leider ist beim Transport hier die Kante so ein kleines bisschen angehauen worden, aber das ist mir persönlich immer egal. Wir sehen gleich auch noch eine andere angehauende Kante. Regelbuch, überschaubar, habe ich durchgeballert hier, 20 Minuten oder Viertelstunde habt ihr das Regelbuch auf jeden Fall gelesen. Viele Symbolekklärungen, der weitere Spiel selber ist nämlich 100% sprachneutral. Und es handelt sich hierbei einfach um einen klassischen Dungeon Crawler. Es sind Metallminiaturen für die Helden dabei. Ansonsten haben wir hier so kleine Ausrüstungskarten, Zauberkarten, das ganze hat ein würfelbasiertes Kampfsystem. Und dann gibt es hier noch die Heldenkarten und die Gegnerkarten. Erstandsbögen zum Ausbuttern, dann seht ihr ganz klassisch, habt ihr hier euer Equipment-Sheet. Da könnt ihr zwei Handwaffen, also zwei Hände habt ihr zu belegen für irgendwelche Slots. Zwei Rucksack-Taschen, hier könnt ihr einen Runenstein ausrüsten. Und hier könnt ihr noch eine Rüstung rauspacken. Hier packt ihr auch die Charakterkarte drauf. Und dann könnt ihr da ganz klassisch einfach so ein bisschen mit rumhantieren. Man, also eigentlich ist das Ding ein Roguelike. Also wenn ihr loszieht, fangt ihr immer auf billig an, kloppt euch dann durch verschiedene Adventure durch und hofft dann den Endboss zu besiegen. Wenn ihr verkackt, müsst ihr einfach dann nochmal neu anfangen. Hier sind zwei Adventure-Books dabei. Einmal das Mine-Dungeon-Book und das Castle-Dungeon-Book. Und dann würfelt ihr einfach und sucht dann euch entsprechend hier so ein Dungeon aus. Den ihr dann einfach hier bespielen könnt. Die sehen alle immer ein bisschen anders aus, ein bisschen größer im Aufbau. Und damit es ein bisschen Variante hat, habt ihr hier noch dieses Minen-Dungeon-Ding hier. Finde ich nicht schlecht. Habe ich noch nicht gespielt. Weiß ich tatsächlich auch nicht so genau, ob ich es dann tatsächlich nochmal spielen wollen würde. Ich hielt es beim Kickstarter für eine gute Idee, da irgendwie reinzugehen. Ich bin auch partiell froh, dass das ganze Ding jetzt hier liegt. Ich weiß nur nicht genau, in was für einem Moment man das mal irgendwie spielen könnte. Ich habe so wenig passende Momente, um mal so einen kleinen Mini-Winny-Koop-Dungeon-Crawler hier zu zocken. Deswegen cooler Pick von mir, wollen wir mal sagen, cooler Pick von mir. Aber ob das realistisch spielbar dann tatsächlich ist oder ob das irgendwann einfach der Regalausdünnung zum Opfer fallen wird, kann ich gar nicht so genau sagen. Müssen wir mal schauen. Ansonsten www.miniquestadventures.com könnt ihr auf jeden Fall mal schauen. So, dann ein Game, was ich tatsächlich auch schon gespielt habe. Jetzt zuletzt hat der Dominic mitgebracht. Ich habe es mir danach selber gekauft. Ich habe es dann nochmal auch gespielt. Und die Rede ist von Night Parade. Hier ist die Moonlight Whispers Expansion, die Kami Rising Expansion. Und hier ist das Grundbox, die Night Parade of a Hundred Yokai. Und hier ist auch noch die entsprechende Playmate dazu. Ich habe mir das ganze Ding auf BGG gekauft. Es kam dann tatsächlich auch Neues. Ich habe mir auch echt was Neues. Also wir müssen wissen, dass es direkt um die Ecke ist. Es war auf jeden Fall auch überteuert. Kann man nicht anders sagen. Ich habe für alles zusammen mir jetzt in Kluversand, glaube ich, 120 oder so bezahlt. Was auf jeden Fall viel, viel, viel zu viel für das Game. Es gibt auf keinen Fall aus. Es kommt ein Kickstarter-Reprint. Und da kostet das ganze Ding auf jeden Fall die Hälfte. Irgendwann im Laufe des Jahres, wenn ihr daran interessiert seid. So, ich finde das Ding nice. Es ist aber auch nicht für jedermann dieses Geld wert. Also eigentlich ist es für niemanden dieses Geld wert. Ich bin einfach wieder nur eine absolute Hullbirne. Aber wenn ihr Bock drauf habt, ihr kennt das, dann zieht ihr euch einfach mal Sachen jenseits von jeglicher Vernunft. Und das ist auf jeden Fall auch so ein Ding gewesen. Dafür ist es tatsächlich ein cooles Spiel, eine coolen Artwork. Worum geht es? Wir bilden in der Mitte eine Auslage aus verschiedenen Orten. Ich weiß nicht, wo kann man das am besten mal drauf sehen, hier ohne das jetzt hier alles auszupacken. Man kann es übrigens nicht so geil hochkantlagern wie ohne Game Setup vielleicht. Obwohl, ich kann ja auch was Scheiß drauf. Wir kramen jetzt hier rum, Feierabend. Es gibt eine Marktauslage, da gibt es für zwei, vier und für sechs Energie geilere Karten, die man sich kaufen kann. Es ist ein Area Control Engine Builder über eine Marktauslage, wenn man so will. Na ja, auf jeden Fall liegen in der Mitte jede Menge von diesen Plättchen hier aus. Und dann suchen wir uns eine Rasse aus. Wir haben hier Katzen, wir haben Füchse, wir haben Bären, wir haben Schildkröten und keine Ahnung. Wir haben durch die Erweiterung hier noch Waschbären dazu bekommen. Wir haben hier kleine Papageien noch dazu bekommen. Dann haben wir Wölfe oder sowas noch dazu bekommen. Also ihr habt jede Menge Zeug und die spielen sich alle so ein kleines bisschen anders. Und was wir machen wollen, jeder von uns hat hier solche Tore und die Tore wollen wir auf diese Plättchen stellen. Das können wir immer nur machen, indem wir genug von unseren Meeple-Slot drauf versammeln können. In dem Fall wird es oben links durch die Zeit indiziert. Das heißt, bei fünf Meeple dürfen wir die abräumen und stellen den Tor rauf. Das ist dann quasi ein Wettrennen Area Control Racing Ding. Wobei es dann so ist, dass jeder drei Slots hat. Er hat den Naturslot, er hat den Waldslot und er hat hier den Gebirgesslot oder wie das ist. Da liegt jeweils eine Karte gegen und ähnlich wie beim Flugschlag sucht ihr jedes Mal aus, welche Reihe ihr aktivieren wollt von euren Sachen. Dann werden alle Karten durchaktiviert und die haben dann oben drauf so Sachen stehen. Setze einen Typen auf ein gelbes Feld ein. Dann darfst du einen verstecken. Hier darfst du dich zwei bewegen. Eine Karte in der Reihe rumbasteln. Hier darfst du einen vom Spielbrett hauen. Hier sind noch ein paar mehr Shopping-Punkte beispielsweise drauf und so. Das ist echt eine ziemlich nice Sache, die allerdings an ein paar Sachen schwächelt. Wo sie nicht schwächelt, ist für mich am Material und am Hardwork. Kann man nicht anders sagen. Obwohl die jetzt das Schwächeln weiß ich auch nicht ganz genau. Weil wenn man nur sagen, ich habe jetzt schon mehrmals gelesen, ja, es heißt die Katzen, die wären voll im Balance. Ja, die Katzen sind stark. Stimmt. Aber im letzten Spiel, wenn man das Spiel jetzt nicht zum ersten Mal zwingend spielt, muss man halt eben gucken, dass man den Katzen auch zwischendurch mal ordentlich aufs Maul haut, anstatt einfach nur versucht selber zu explorieren. Und dann hat das ganz gut geklappt. Es war super, super, super knapp. Mit einem kleinen bisschen Glück hat der Chris mit seinen scheiß Katzen dann doch noch gewonnen, tatsächlich. Aber im nächsten Zug nicht lange gewesen wäre, hätte ich auf jeden Fall auch gewonnen. Es war eine spannende Sache, wie weit die ganzen kleinen Völker jetzt gebalanced sind. Die Katzen können sich schnell bewegen. Die Bären können gut hauen. Die Schildkröten können sich gut verstecken. Und solche Sachen vermag ich aktuell jetzt noch nicht irgendwie zu sagen. Ich bin auf jeden Fall happy, dass ich das Spiel im Schrank habe. Wo ich nicht so happy drüber bin, ist halt einfach die Spielmatte, weil, ja, die Spielmatte ist irgendwie wieder so gerollt irgendwie. Ich persönlich kotze darauf ja immer ab. Ich hätte mir immer sehr gerne glatte Matten. Und man kriegt ja auch, ich habe die Frage auch schon tausendmal gestellt, so, wie kriege ich diese scheiß Dinger wieder glatt? Im Grunde genommen kriegt man sie nie mehr jetzt wieder glatt. Kann mir jeder erzählen mit Bübeln und Wachen und Touren. Leute, ich bin auch nicht hier erst seit gestern im Game. Und das ist dann einfach auch schwierig. So, gucken wir mal ganz kurz. Ich zeige euch nochmal die Rückseite der Schachtel. Dann könnt ihr vielleicht ein bisschen besser nochmal sehen, wie das hier so aussieht. So sieht dieses Spielfeld dann einfach aus da unten. Und da bewegen wir unsere Typen drin, indem wir unsere Kartenreihen immer aktivieren. Danach noch neue Karten für eine unserer Reihen kaufen und so weiter. Wir dürfen niemals zwei Reihen hintereinander aktivieren. Und außerdem ist es hier von Brew Games. Ich weiß gar nicht genau, wie der Typ heißt. Mr. Brew. Mr. Brew. Hat das ganze Ding ja auch komplett im Alleingang entwickelt und gemacht und getan. Also One-Man-Show muss man natürlich da auch ein kleines bisschen respekten. Auch wenn er von meiner Mann hier nichts gehabt hat, dann habe ich es mir überteuert auf den Gebrauchtmarkt gezogen. Dann eine Kiste, mit der wir es glaube ich recht schnell machen können. Ich habe mich in unserer Facebook-Gruppe mal wieder von euch breitschlagen lassen, heiß labern lassen. Und habe mir Eusia, Torment of Resurrection in Deutsch geholt. Das Ding steht jetzt gute zwei Wochen. Ein bis vier Spieler ab 14 Jahren, 30 bis 120 Minuten pro Spieler steht hier. Es ist das Grundspiel. Es gab noch eine Deluxe-Kiste. Ich glaube, da war dann nochmal eine Box dabei mit Sortier-Cases und so. Ich habe jetzt wirklich nur dieses Ding geholt, weil es andere nicht erhältlich war. Und ihr seht, das ganze Teil ist noch in Folie. Und ich habe eigentlich auch wenig Böcke, das auszupacken. Ich mache es für euch aber jetzt trotzdem mal. Anscheinend hier gibt es eine optionale Eusia-App auch. Also letztlich, das Ding hat mich damals im Kickstarter schon mega angesprochen. Bin dann doch wieder raus. Dann kam es ja jetzt dort noch recht schnell und habe dann auch wieder Bock bekommen, weil mit Helden über die Karte laufen, Sachen leveln, Sachen collecten. Irgendwie ist ja eigentlich genau mein Ding. Boah, jetzt geht das aber echt schwer ab. So, was haben wir hier drin? Szenario-Buch, Anhang, Spielanleitung, alles. Dann haben wir hier noch irgendwie ein Flavor-Ding dabei. Hier irgendwelche Übersichts-Bogen-Geschichten. Ja, also hier ist viel Styropor auch drin. Vielleicht kann man das Ganze dann doch wieder ganz cool zurückpacken, wenn ihr mal reinschauen wollt hier. Da sind alles vier Styropor und da sind wieder so Sachen drin, die noch alle drin. Kann man das vielleicht so, kann man so Tray-mäßig einfach rausnehmen. Hier ist auch hier Miniature-Pack drin. Hier ist noch irgendwie der Greifen-Bonus-Stretch-Doll mit drin. So, unten kommen dann die Stanzbögen aus der Hölle. Erstmal hier die Charakter-Tableaus. Und dann kommen hier wirklich Stanzbögen aus der Hölle drin. Also, das sind alles Stanzbögen. So, und wenn ihr die Deluxe-Box habt, dann habt ihr natürlich noch so Sortierhilfen und so weiter und so fort, die ich hier überhaupt gar nicht habe. Und dementsprechend, Real Talk, das Game soll ja ziemlich nice sein. Jetzt kriege ich die Scheiße hier nicht mehr rein. Das Game soll ja ziemlich nice sein. Wird es bei mir wahrscheinlich einfach stumpf wieder ausziehen, weil ich kein Bock habe, den ganzen Driss auszupöppeln. Und zumal ich auch diese Scheiß-Sortierbox einfach nicht habe. So, und das ist dann auf jeden Fall Krise. Und dann muss ich mir das mal genauestens überlegen, ob ich da überhaupt Bock habe. Natürlich, der Vorteil ist, dass das ganze Teil wieder auf Deutsch ist. So ein Ewigkeits-Ding, was wahrscheinlich ewig im Regal stehen wird. Oder wenn man es anfängt zu zocken, man ewig an dem Ding dran rumzockt. Könnte ich mir auch vorstellen. Mal gucken. Es befindet sich aktuell noch in meinem Regal. Ich überlege aber auch, es abzugeben. Wieder. Aus genannten Gründen. Wie gesagt, ansonsten ist das Ding hier einfach top mit Schuss. Da ist auch kein Kratzer irgendwie groß. Doch, sehe ich schon. Oh, mit Süd-Box. Also, halt aus einem Mini-Winni-Mini-Winni-Delle. Aber muss man auch mal dazu sagen, ey, keine Ahnung. Es häuft sich in letzter Zeit immer mehr. Die Boxen werden immer voller. Und irgendwie kommen sie immer beschädigter an, weil sie dann noch mehr Stretchgolds reinpacken. Und dann einfach die Verpackung der Kisten nicht mehr doch mal voller haben. Also habe ich in letzter Zeit häufiger. Können wir direkt im Moment noch so einen Kandidaten weitermachen. Der Main-Minion neu eingezogen ist. Auch ein Kickstart, der angekommen ist. Und zwar Isla and Something Shiny. Und da muss man auch mal hier wieder gucken. Die Box ist richtig gedamaged hier unten. Und da muss man auch dazu sagen, dass ich da kein Einzelfall bin, sondern die meisten Boxen beschädigt angekommen sind. Weil es einfach verpackerisch scheiße gemacht worden ist. Jeder Bäcker kann nächstes Jahr sich einen kostenlosen Karton schicken lassen ohne Zuzahlung. Was das aber auch wieder für den Verlag bedeutet, weil er verkackt hat, diese Deckel jetzt nachzuproduzieren und die zu verschicken. Ja, kann man sich ausmalen. Man konnte sich auf jeden Fall da aktuell melden. Und wenn man das möchte, mir ist es egal. Ich werde da nicht extra jetzt nochmal auf fett ökologische Fußabgut mir einen neuen Deckel bestellen, wenn die Sachen eh hier so seitlich stehen. Da sieht man es ja auf jeden Fall auch nicht. Ihr erinnert euch, wir haben auch Kickstarter schon mal drüber gesprochen. Kickstarter-Talk. Ich bin damals da hingestiegen und das ist eigentlich eine ganz nette Kiste. Ich habe auch damals gesagt, ich bin mit Playmate-Brinter und anscheinend bin ich dann nochmal raus. Letztlich ist es ein ein bis zwei Spieler-Ding. Im Grunde genommen ist es ein Solospiel, was man aber zu zweit erleben kann. Es ist in mehrere Kapitel unterteilt. Die kann man hier ganz gut sehen. Das sind die hier. Der Spielplan ist immer unterteilt zwischen Zukunft. Die liegen hier oben. Dann Gegenwart und Vergangenheit sozusagen. Hier oben das Szenendeck, hier ist die Zukunft. Dann ziehen wir oben vom Szenendeck mal eine Karte. Das wird am Anfang irgendwie gebaut. Wir haben ein Spielziel für jede Mission, die wir irgendwie erreichen müssen. Wir wissen aber nicht genau, wie wir sie erreichen. So, dann stehen immer zwei Sachen zur Auswahl. Ist super nett illustriert. Ich kann mal hier so ein Ding jetzt rausziehen. Wir haben von der Story her auch ganz nice gemacht, dass wir als kleine Hase Eila aus unserer Höhle irgendwie rausklettern und sehen, dann oben auf dem Berg was glitzern. Und da müssen wir natürlich direkt hin, um zu gucken, was das irgendwie ist. Und die Karten sehen dann immer so aus. Oben haben sie was Nettes draufstehen und unten haben sie dann, ich weiß nicht, ob die Kamerafokus das jetzt eingestellt hat, und dann haben wir zwei Auslagenmöglichkeiten. Eila, don't you want to stroll around? The forest is full of surprises. Also wollen wir uns beim Wald ein bisschen umschauen, dann fragt uns der große Baum, dann dürfen wir jetzt aussuchen. But I like it here with you, Great Tree. Dann kriegen wir ein Essen, weil wir dort mit dem Baum chillen und da Möhren pflücken. Oder wir gucken uns im Wald rum und dürfen dann Karte 6, wir haben dann, nee, weil ein Deck sind nicht durch, nur mal die Stapel, in die Zukunft legen. Und wenn das Deck durch ist, dann mischen wir das immer. Und dann kommen alle Karten der Zukunft wieder mit rein. Das heißt, alle Karten begegnen wir wieder, es sei denn, wir haben sie komplett abgehandelt, da gehen sie in die Vergangenheit und sind damit raus aus dem Spiel. Für mich ein sehr nettes Spiel. Es ist kein Überflieger-Safe, also safe kein Überflieger. Ich habe es aber jetzt schon halb durchgespielt, werde das mit Svenja auch noch durchspielen und danach werde ich es verkaufen. Weil es eignet sich, glaube ich, eher dazu, wenn man Kinder hat, um so spielerisch eine Gute-Nacht-Geschichte denen zu erzählen. Dann kann man sich die Karten angucken, was seht ihr da, was möchtest du am liebsten machen. Da passt das noch eher hin, als dass es jetzt eine mega geile Erwachsenhaltung ist, weil es ja einfach nur dieses Multiple-Choice-Ding ist und wir das Deck dann anpassen und gucken, was dann passiert. Mechalisch interessant, insgesamt für Erwachsene eher ein schwächeres Spiel, müssen wir mal schauen. Wird auf jeden Fall wieder ausziehen, nichts durchgezockt haben. A Story-Driven-Adventure-Game. Nette Idee, wirklich auch cooles Artwork, spielerisch einfach nicht überzeugend. Dann geht es weiter mit einem Kickstarter. Ich weiß auch gar nicht, ob ich dir jetzt schon mal gezeigt habe. Backwoods ist angekommen, Ryan Williams' Game, The Year is 1830. Wir sind am Colorado River mit unserem Floß irgendwie gekentert, von unserer Expedition im Jahr 1830 abgetrennt, losgelöst, verschollen gegangen worden. Und jetzt versuchen wir unseren Weg zurück nach Hause zu finden sozusagen. Es ist ein Solo-Game eigentlich im Grunde genommen oder es ist ein Ko-Op-Game. Man kann es zuführt spielen, es soll Solo ziemlich nice sein, was ich gelesen habe. Allerdings volle Stärke auch im Ko-Op etwas. Mich hat das Ding angesprochen, weil es so ein kleines bisschen in dem Orban so ein Crusoe-Style irgendwie ist. Mit einem Backbuilding-Mechanismus. Ich habe hier auch die Sachen alle noch nicht ausgepröpelt, ihr seht das hier. Wir haben geile Double-Layered Boards hier mit drin, wo wir unsere Stats einfach mit Wurfeln auf festhalten können, die sich verbessern. Hier ist unser Säckchen, da kommen dann verschiedene Ressourcen rein, die wir dann, wenn wir sammeln gehen, über das Forage und dort rausziehen können. Es gibt verschiedene Charaktere, ganz viele Decks, es gibt Begegnungen, es gibt Regionsorte, es gibt Nachtbegegnungen, die da kommen können. Also eigentlich Potenzial dafür, ein richtig nice, 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 nice Spiel zu sein. Mittlerweile gibt es ein englisches Erklärvideo, glaube ich, was aber auch eher so etwas wie eine Regelübersicht ist, die mir nicht so zu sehr, also nicht ins Detail genug geht, wenn man zu will. Weil die Anleitung zugegebenermaßen, so wie ich es bisher erlebt habe, liegt jetzt drüben am Nachttisch, für mich nicht die leicht verständlichste ist. Es ist halt eben auch englisch only, muss man mal gucken, könnte aber per se ein geiles Ding sein, dass ich mich auf jeden Fall mal dransitzen muss. Ansonsten, wer das Spiel auch hat, es mir irgendwie mal erklären kann, bitte meldet euch. Dann ein Ding, ganz kurz vorgestellt, habe ich zu Weihnachten bekommen, Smart Ten Family. Mein originales Smart Ten hat Svenja ja mit einer La Paima genommen und es ist dann beim Vulkan aus Bruch verloren gegangen. Ich meine, fulminanter kann das Ding ja nicht sein. Svenja, ich hätte die Story. Svenja hatte da 300 Meter neben dem Vulkan, wo der Wohnzett aufgetan hat, hatten wir ihr Ferienhaus. Und dann ist da die Erde explodiert und die haben nur noch ihre Sachen geschnappt und sind einfach alle abgehauen. Und dann unter anderem ist auch mein Smart Ten. Ich habe mir mittlerweile ein neues besorgt. Steht hier unten, danke nochmal an Steffen, der hat es mir beim Digger-Wochenende vermacht. Oder getauscht, weiß ich gar nicht. Falls ich nichts sonst bekommen habe, dann bedanke ich mich natürlich nicht. Na ja, Smart Ten Family fand ich ganz cool. Habe ich auf der Messe, nee, auf der BerlinCon gesehen. Habe mir die Fragen angeguckt, weil ich stelle mir das immer so Familienspiel-mäßig vor. Aber da waren schon ein paar knifflige Sachen dabei. Fand ich ganz cool. Während bei einem normalen Smart Ten ja auch ein paar Fragen dabei sind, die keine Sau weiß einfach auch. Mein Weiß ist, Leute, ich bin natürlich mit einer Krone bei Smart Ten. Darf da echt gar nicht sagen. Dann, wie heißt der Nomadär, der durch die Wüste immer fährt? Mad Max lässt grüßen. Und ich habe die zweite Auflage von Waste Nights hier. Ist in der Spielschmiede geweckt. Boah, und leider sieht man hinten nicht drauf. Ich mag das nicht auf diesen Schachtel, wenn hinten man drauf gar nichts sehen kann, persönlich. Ich finde es irgendwie ein bisschen schäbig. Ein Artwork so ein bisschen recycelt. Also das Artwork ist super, super schäbig recycelt. Vorne und hinten ist das gleiche drauf, nur unten der Dänen haben sie quasi anders gemacht. Also das ist Schande. So, Galacta Games Polen, glaube ich. 1-4 Spieler, 5-180 Minuten ab 14 Jahren. Ist, glaube ich, auch gegeneinander. Es gibt hier auch einen richtig fetten Spielplan. Den kann ich euch mal zeigen. Wir düsen dann hier durch die Wastelets. Und ich glaube, es ist ein Pick-up-Deliver-Spiel. Ich kann mich gar nicht mehr so mega genau dazu erinnern. Da bin ich mal tierisch gespannt auf eure Meinung, falls ihr das irgendwie schon gezockt habt. Ja, da rennen wir so in Mad Max-Style runter. Auch hier, Leute, das Ding kam an. Ich habe gar keinen Bock mehr drauf gehabt. Damals fand ich es irgendwie ganz nice. Aber ihr merkt, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, worum es da eigentlich geht. Hier sind so Abenteuer mit drin. Ob man das so kampagnenmäßig zocken kann, ich weiß es nicht mehr. Die guten Outback Chronicles. Also hier kann man sich tatsächlich seine Knights drin speichern. Hier sind die Charakter-Tableaus mit drin. Es gibt Staffel mit Waffen, Holz. Also so Laser-Graved-Holz-Token. Ja, Charaktere sind schon cool. Ich glaube, das ist auch alles schon so stimmig. Fällt so ein bisschen Mad Max Fallout da in dieses Setting rein. Ob sich das dann beweisen kann, weiß ich nicht. Ich habe bisher eher so nörgelnde Stimmen gehört. Aber in Bezug auf die erste Vision, das war da. Wieso kriegt das eine Reprint? Das war damals doch schon sterbenslangweilig. Mag sein. Ich habe mich noch nie reingefuchst. Habe mir noch nicht mal die Anleitung durchgelesen. Habe einfach nur mal die Pappe abgemacht, um mal ein bisschen reinzugucken. Das heißt, ihr wisst jetzt genauso viel wie ich, wenn ihr das Game auch schon gespielt habt. Ja, auch ein Ding, wo ich überlegt hatte, ist einfach ab zu verkaufen. Allerdings ist der Wiederverkaufswert, weil der Markt davon zu überschwemmen wird so schlecht, dass ich direkt, keine Ahnung, machst du 60, 70% Verlust und das mit dem gespielten Spiel. Dann lasse ich es lieber erstmal weg und spiele es vielleicht irgendwann mal. Auch hier, Leute, wenn es einer geil findet und es schon mal vorbereitet hat, dann möge auch er sich melden. Dann habe ich ein Stapelspiel tatsächlich in meiner Sammlung, hat das gefunden, was bisher hier noch nicht gewesen ist. Und zwar das gute Man at Work von der Rita hat hier bei mir Einzug gefunden. Ich habe ja noch nie ein Stapelspiel irgendwie besessen, da gibt es ja einige. Man at Work habe ich vor drei Jahren, ich fand, wann ist das denn? 2018. Dann habe ich es wahrscheinlich vor drei Jahren, 2009, vor vier Jahren oder drei Jahren. Habe ich es auf jeden Fall schon mal gespielt und hat mir Spaß gemacht. Wir ziehen Karten, dann müssen wir Arbeiter auf Gerüste platzieren und da irgendwelche Träger drauflegen oder irgendwelche Ziegel drauflegen und versuchen einfach so das coolste Gerüste zu stapeln, ohne dass irgendwie was runterfällt. Aber auch die Haare, zwei bis fünf Spieler, 30 Minuten Spieldauer, habe ich eigentlich für eine andere Gelegenheit mir von der Rita besorgt. Ihr seht hier, es ist leider aus äußeren Umständen nicht dazu gekommen, dass ich das schon spielen konnte. Deswegen ist es leider, leider, leider noch in Folie. Nichtsdestotrotz wollte ich euch natürlich jetzt auch gerne zeigen, dass ich auch mal ein Pretzel-Game am Start habe. Vielleicht ist das dann ja so das Ding, was, wenn es mal an die 35 bis 45 Minuten irgendwas gestapelt werden muss, dass das eine coole Sache einfach hier ist. Man at work. Vielen Dank, Rita, für das zur Verfügung gestellt. Dann auch zur Verfügung gestellt, indem es einfach ein Weihnachtsgeschenk gewesen ist, habe ich hier die Vlada-Ratir-Galaxy-Trucker-Yubi-Ausgabe. Jetzt um dazu zu sagen, Weihnachtstien, Leute, ich bin so voll gewesen. Ey, bitte, ähm, Mike, Mike, es ist deins gewesen, dass du es mir geschenkt. Verzeih bitte, falls ich jetzt durcheinander komme. Hatte ja schon zwei, drei kleine Gurkenschnäpsel gehabt. Und habe hier die Yubi-Ausgabe von Galaxy-Trucker, bei der ich, ja, schon bei Daniel jedes Mal, wenn ich bei ihm bin, schon ein bisschen neidisch werde, dass er sie hat. Und jetzt habe ich die auch. Und wir bauen hier in Echtzeit-Koop-Hartie-Raumschiffe, also ein Spiel, was jeder kennen sollte. Es gibt auch unzählige Videos dazu, die man sich gut reinziehen sollte. Ah, guck mal, ich nehme es an, ach, guck mal, hier, nice, über die Erweiterungen. Hier sind alle separat in Tütchen und beschriftet. Da brennt auf jeden Fall auch nichts an. Hier ist der Gleichmacher-Karten-Bonus. Keine Ahnung, was das alles bedeutet. Ich habe auch nur das Grundspiel damals gespielt. Wir bauen kooperativ hier aus Plättchen einfach unsere Raumschiffe. Und danach geht es los. Und wir müssen mit denen so etwas wie ein Wettrennen fliegen oder Sachen liefern. Und dann kommen immer tausend Gefahren, Kometen, die wir abschießen müssen. Und wenn dann einfach tragende, verbindende Teile unseres Raumschiffs abgetrennt werden, dann fällt die Bude auseinander. Lebt viel von Schadenfreude. Es ist ein Action, hat eine kleine Schwierigkeit beim Erklären. Also unbedingt, wenn ihr es zockt, nicht mit allem Zirkus-Dreck einsteigen, sondern spielt erstmal nur das Grundspiel ohne sämtliche Spezialzeile. Kann ich euch nur empfehlen. Aber wirklich gutes Ding, wo ich mich schon immer um die Jubi-Ausgabe, die gibt es ja auch nur auf dem Gebrauchtmarkt, soweit ich weiß, rumgeschlichen habe. Bin ich jetzt froh, dass ich dank Mike, bist du es? Nee, auf jeden Fall ein Regal gefunden hat. Und da wird es auf jeden Fall auch bleiben. So, dann gehen wir weiter. Wir haben noch drei Sachen. Wahrscheinlich haben wir da mehr. Ich habe eben von meinem Regal gestanden und habe wieder nicht gewusst, was ich beim letzten Mal schon gezeigt habe. Und ich bin immer auch zu faul, ins letzte Neuzugänge-Video reinzugucken. Und hier haben wir die Verteidigung von Pro-Sion 3. Auch hier immer noch unerklärlich. Das zieht sich halt durchs komplette Spiel, wie es niemandem auffallen kann, dass die Verteidigung, dass da zwei Buchstaben einfach stumm fehlen. Vorne, hinten, an den Seiten, auf dem Regelheft, überall ist die Verteidigung von Pro-Sion 3 drauf. Beziehungsweise, ich sage ja auch gerne mal Pro-Sion 3. Worum geht es? Es sind zwei gegen zwei Spiele. Ihr wisst, ich mag eigentlich zwei gegen zwei Spiele. Es spielt nur nie einer zwei gegen zwei Spiele mit mir. Eins meiner liebsten zwei gegen zwei Spiele ist jetzt hier hinten von Mindclash. Und jetzt habe ich noch eins von David Turcci, die Verteidigung von Pro-Sion 3. Ja, und da ist es so, es gibt zwei Spielpläne. Wir haben im Podcast auch schon ausführlich drüber gesprochen. Ich werde es auch einfach mal kurz zeigen, vielleicht. Einmal schnell reingucken. Auch hier, ich habe da noch gar nichts mitgemacht, außer die Regelhefte mir mal rausgenommen. Es gibt für, es gibt nämlich fünf Regelhefte. Eins für die Übersicht. Und dann bekommt jeder Spieler noch eins, wo es draufsteht, was er machen kann. Weil alles ist asymmetrisch. Es spielen zwei Alien-Spieler gegen zwei Menschenspieler. Und zwar gibt es einen Boden. Das ist alles hier unten noch alles drin, alles noch im Geschwink-Wrap. Das bringt überhaupt nichts, wenn ich das rauskomme. Aber ihr seht, geile Minis mit dabei. Es gibt noch eine Erweiterung. Mit Minis, die habe ich auf jeden Fall auch hier mit am Start. Insgesamt habe ich dafür, glaube ich, 110 Euro bezahlt für das alles. Also wenn man für dieses Ding 110 und dann für Night Parade dann noch mehr. Ich gucke meine Mutter nicht zu. Deswegen bleibt auch echt eine Ausnahme. Ich werde, wieder mal, habe ich die Woche übergesessen, habe gesagt, kauf weniger Sachen. Kauf weniger Sachen. Sei nicht so dumm wie Sven Sieben. und gib dein Geld aus für Scheiße, die du dir ins Regal stellst, die du niemals mehr spielst. Also auch hier versuche ich immer noch, an mir zu arbeiten, mein Regal zu veredeln. Manche Sachen sind schwer dir auszuziehen. Da müssen noch ein paar Digger-Wochenenden stattfinden, damit die weggewichtelt werden können. Übrigens, wer Bock hat, nächstes Digger-Wochenende ist am 26. bis zum 27. Februar. Es sind noch ganz, ganz wenige Plätze frei. Ich poste in den Kommentaren unten mal den Anmelde-Link rein, wenn ihr Bock habt. Dann schaut ihr da noch mal rein, es liegt euch rein. Würde ich mich freuen. Könnte man vielleicht unter anderem auch mal das Ding zocken, denn Daniel ist auch am Start, der kann es ja auch erklären. Die Verteilung von Pro Sion 3. Genau, zwei Menschen gegen zwei Aliens. Einmal Boden-Spielplan, einmal der Spielplan im Orbit. Die einen beiden spielen gegeneinander im Orbit, die anderen spielen auf der Erde gegeneinander. Und zusätzlich haben die auch so Ressourcen, die die beiden verbinden, sodass du dich immer mit deinem Mem-Typen absprechen musst. Beim letzten Digger-Wochenende hat Chris und Daniel es mit, ich weiß gar nicht genau, mit wem nochmal gespielt. Und ich muss sagen, ich habe nur kurz geguckt, hängen geblieben, habe mir bei jedem mal kurz so seine Regelübersicht hier durchgelesen. Und dann habe ich gesagt, Alter, wie geil. Also was ist das für ein geiles Spiel. Und obwohl Daniel es dann hat, hatte ich dann so ein bisschen Angst, dass ich es irgendwann nicht habe. Und habe es mir dann geholt. Also ich habe da eine Stunde gegessen. Ich wollte nur kurz gucken. Und habe dann eine Stunde oder eine knappe Stunde gesessen. Und habe mitgebrannt bei dem Spiel, obwohl ich noch nicht mal mitgespielt habe. Also so spannend ist das gewesen. Und jede Aktion kam mir total heftig vor. Und dann denke ich, boah, heftig. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Was machen wir jetzt? Jetzt überlegen wir uns das. Und ich muss die Forscher noch retten. Und Chris dann so, hey, ich brauche die Dinger selber. Ich kann ja keine Forscher retten. Ich muss hier wieder, wenn wir hier Minen legen. Und was der Geil war. Krankes Ding. 135 Minuten Spiel da. Aber könnte durchaus sein, dass es tatsächlich Daniels Highlight 2022 werden könnte. Chris findet es auch. Absolut heftig. Ihr habt über dieses Spiel noch nichts. Also 0,0 Schlechts gehört. Außer, dass diese verkackte Schachtel, dass da einfach der Name falsch draufsteht. Keine Ahnung, wie sowas passieren kann. Menschliche Kolonisten auf Ocean 3 haben ein ureiz-auserirdisches Artefakt ausgegraben. Die Ätchen, eine außerirdische Spezies, greift die Verteidigungsanlagen der Siedlern und versuchen den uralten Terror zu stoppen, den die Menschen womöglich unwissentlich geweckt haben. Schon bald kommt es zu einer Schlacht um Raubert des Planeten, als die UN ihre Flotte schickt, um die Kolonie zu befreien. Während Wissenschaftler daran arbeiten, die Kommunikation der Außerirdische zur Schlüssel und ihren neu entdeckten Feind zu verstehen. 121 teilreiche Miniaturen, zwei Spielpläne, die Menschen verteidigen sich gegen eindringende Aliens auf der Oberfläche und im Weltall. Hochgradig, als sie mit Spielsinn mit geringem Zufallsfaktor stimmt, welches aus vier verschiedenen kartenbasierten Strategiespielen besteht, könnt ihr kompetitiv und kooperativ spielen. In maximal 10 Runden versucht jede Seite den Sieg in dieser bisher unbedeutenden Ecke der Galaxie zu erringen. Heftiges Ding. Heftig, heftig, heftiges Ding. Dann haben wir noch zwei Sachen. Erstmal vielen Dank an Dominik, auch Weihnachtsgeschenk gewesen. Vielen Dank, auch noch in Folie. Der Taubertal-Express, die prosperierende Eisenbahnstadt Lauda Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Spieler schlüpfen die Rollen von Eisenbahnpionieren und Baumeistern. Sie befördern berühmte Passagiere der Zeitgeschichte und erschließen im gesamten Taubertal in der Weitum umgegeben zahlreiche Wirtschafts- und Bahngebäude. Dabei gewinnen die Spieler mit dem Ausbau der Eisenbahnstadt Lauda zunehmend Einfluss. Volldampf voraus. Jetzt wird's höchste Eisenbahn. Also da muss man schon sagen, nice, dass das Ding tatsächlich noch erschienen ist. Ich fand's auch ziemlich witzig, wie der Autor sich bei Selcuk immer Ratschläge holen wollte. Und er wollte auch, dass wir das Spiel testen, oder Selcuk es testet, bevor es rauskommt, seine Rückmeldung gibt. Und er hätte natürlich auch gerne gehabt, dass wir es halt eben gezeigt hätten. Aber ich hab auch gesagt, das macht gar keinen Sinn. Also ehrlich nicht. Der hat das auf Ehrenbruderbasis für die Stadt Lauda Königshofen gemacht. Und auf Ehrenbruderbasis mag ich auf jeden Fall nix für Stadt Lauda Königshofen. Und Selcuk auch nicht. Dementsprechend, ja, hat Selcuk eins zugeschickt bekommen. Ich hab eins von Dominik jetzt geschickt bekommen. Selcuk hat's als scheiße bewertet. Und jetzt steht's halt hier und ist halt laut Selcuk's Aussage scheiße. Was natürlich eine Hürde ist, dass ich jetzt mal rankomme und das Ding mir jetzt lerne und dann das auch irgendwie mal peitschen würde. Also, das wird höchstwahrscheinlich nicht passieren. Das ist natürlich ein bisschen Schade drum. Ja, hat Selcuk mir ja vorweggenommen. Was waren Selcuk's Negativpunkte an dem Spiel? Grundsätzlich wurde versucht, bei dem Spiel dann alles zu denken. Die Anleitung zu lesen macht mega Bock. Alles ist auch leicht verständlich. Und dann fängst du an. Und dann sind's irgendwie 17 Phasen in 17 Unterteilungen mit 10,7 Unterpunkten, die man dann jedes Mal abarbeitet. Und er sagt, das war dann einfach ein Krampf, dass du in jeder Phase so kleine Wichskacke da die ganze Zeit machen musstest. Und das ist dann ein bisschen schade gewesen, deswegen der Taubertal Express ist ungespielt bei mir schon durchgefallen. Da verlasse ich mich auch auf Selcuk's Meinung. Nichtsdestotrotz, vielen Dank fürs Geschenk, Dominik. Werden wir vielleicht mal für einen guten Zweck oder so, werden wir es dann mal raushauen. So, dann habe ich hier noch eine fette Kiste. Da spare ich mir jetzt auf jeden Fall die Play mit. Einmal noch. Und zwar ist bei mir auch, ach, die ist auch nichts drin, das so von leicht ist. Bei mir ist auch Esserfields angekommen. Letztens, Leute, Esserfields, hatte ich mich ja auch mega drauf gefreut. Und dann muss ich sagen, irgendjemand schreibt, ey, ist dein Esserfields schon da? Ich so, nee, mein Esserfields ist noch nicht da. Ich schreibe mich so, ach doch, doch, stimmt. Stimmt. Es steht da ja unten schon seit vier Wochen. Hab mich an die Anleitung gesetzt. Auch hier würde ich mir wünschen, dass da jemand am Start ist, der mir die, ach, das steht ja verkehrt herum, der mir die Anleitung oder das Spiel mal erklärt, dass irgendwer mit mir spielt. Also das fände ich auf jeden Fall tausendmal angenehmer. Ich hab momentan nie so viel Bock auf Anleitung lesen. Dann haben wir hier noch die Fifth Player Expansion mit dabei. Ich bin da ja all in gegangen. Da kommt ja auch noch mal eine zweite Wave. Fragt mich nie, wenn die kommt. Erst muss die zweite Tainted Rail Wave mit mir an. Ja, nochmal kommen. Hier sind die Miniatur. Hei, 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 Leute. Da ist der Akku ausgegangen. Deswegen kurz aufgeladen. Kaum noch Zeit am Start. Auf jeden Fall Esserfields. Esserfields, dickes Ding hier eingezogen. Im Wesentlichen aktuell schon noch Bock drauf. Aber auch hier einfach die Regeln, einfach viel zu überschlagen. Ich bin auf jeden Fall das klassische Beispiel davon, wenn ihr mal schaut, wie die Neuzugänge in der Vergangenheit ausgesehen haben, dass ich immer anfange, immer weniger zu kaufen, immer weniger zu kaufen, immer weniger zu kaufen, immer gewählter irgendwie zu kaufen. Und vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal die Hoffnung, dass ich tatsächlich ein ganz normaler Brettspielkäufer werde, ohne mir ständig irgendwelche Kickschneider zu ziehen oder mich belabern zu lassen und die ein oder anderen Dinge mir da irgendwie klar zu machen. Ist schwierig. Ich habe tatsächlich vor diesen Monaten starken Spielemonat, habe wieder einige Sachen auf den Zettel, die eventuell einziehen könnten. Da müsst ihr euch jetzt einfach mal gedulden und ich muss mir erstmal noch an meine Finanzen ein kleines bisschen prüfen. In dem Sinne, Leute, besten Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das waren meine Neuzugänge und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich bin der Digger, ihr seid die Besten und bis dann. Kuss, Kuss.